10, 10, 2, Take 1 Mach einfach! Du musst mir antworten und mich antworten! Ich kann mir gar nicht antworten! Du kannst mir doch nicht antworten! Ey, du! Mach mal! Hey, Ronja! Hey! Scheiße! Raus! Mach dir gar nichts mit dir! Raus, die Hände! Hey, Ronja! Hey! Scheiße! 10, 2, 4, Take 1 Ah, du gehst mal! Das senkt mich an, scheiß da im Sommer! Äh, die Solaranlagen machen! Oh, Mann! Was? Oh, nein! Ähm, die Solaranlagen auf dem Dach! Nochmal! Komm! Ich rutsch dich 2x da runter, mach uns die scheiße Hände da rein! Du bist da weg! Du bist da weg! Wie sie sehen, sind sie mies! Wir schneiden mal einfach! Wir lassen das einfach! Das passt so! Kann das nicht! Kann das nicht! Oh, guck mal! Ich rutsch! So ein Dämon! Möchtest du als nächstes? Jetzt haben wir noch eine Pause zwischen dem, wo ich das als nächstes bin! Langsamer! Scheiße! Ich hab meinen Text vergessen! Und in der Sommerschule wird die... Sportartig! Fuck! Ah! Gott, bin ich jetzt erschrocken! Herr Marius, da können Sie nicht leise die Treppe hochlaufen! Wohin möchtest du als nächstes? Möchtest du als nächstes? Äh, hä? So, jetzt gehen wir weiter im W-Bau! Dadurch, dass das... Aber so! Ja, ich hab zu oft renovieren wollen! Schulzeit zurück! Rutsch raus! Kinn hoch! Arsch raus! Hahaha! Vielleicht erst anfangen mit Laufen, oder? Aaaah! Dadurch, dass das A-Gebäude so oft tritt... Ich sag nochmal! Was machst du? Wie komm ich auf oft da? Der Tag ist scheiße! Okay, wir machen wir! Noch mal nochmal! CT 1 und 2, take 1, action! So, wir haben hier gerade ein Serving-Motor konspiriert und ich lass ihn jetzt mal abspielen! Ach, da ist die Kamera! Ich hab immer die Kamera jetzt! In die Kamera gehen! Das könnt ihr mir vielleicht erklären, was ihr gerade macht! Also, wir versuchen hier auf meine... Ja, wir machen einen Versuch! Wir versuchen, die Haare zu bergen, die Berge zu Haare stehen zu lassen! Ja, und da unsere Haare funktionieren, nehmen wir Haare von Bishmov... Haare von Bishmov? Ja! Maler! Jetzt probier mal! Haare von Bishmov müssen gehen! Ja, siehst du! Unsere Haare nicht gehen, die schon! Mashallah! Einfach die Hübschen! Bombast! Dankeschön! Bitte! Wie du lachst du! Leila, halt die Fressehaut! Komm zu lachen, Mann! Das funktioniert einwandfrei! Wohin möchtest du als nächstes? Wohin möchtest du als nächstes? Auf dem TGH hast du zwei... Dann noch einmal... Eine... Eine Stunde pro Hocke! Eine Stunde pro Hocke! Das war gestern! Das war gestern! Was gefällt dir am meisten an dieser Schule? Ähm, mir gefällt am meisten, dass die Schule... Nein, mach mal so! Das die Schule und Lehrer auf einer Ebene sind! Und ist sehr lang! Hat sehr tolle Techniken! Techniken! Ich weiß nicht, was echt gesagt ist! Ähm, diese Schule ist technisch sehr gut ausgestattet und bietet für jeden Techniker etwas! Magst du euch einen Arm aus dem Auge nehmen? Ich hab's gejuckt! Mit dem Interview! Ah, sorry! Ich muss mal ganz kurz... Und auf einmal ist die Hand drin! Einigefrau! Hörger! Was? Mist! Das ist hier! Ich hab das... F***! Was? Was denn? Ich hab das mit an der... Du sollst den Philipp auch nicht angucken. Ich hab die Fahne gemacht. Man kann manchmal so machen den Take 2 jetzt auch noch nicht. Schatz, der kriegt sich jetzt irgendwie eine. Ich... Du hast Philips Gesicht eigentlich gesehen. Du hast die Augen, die man grad sieht oder was? Ja, aber allein dieses... Und dann so. Soll ich schütteln. Oh, war der? Falls du noch Fragen hast, kannst du auf die Webseite gehen. Gehen. Passt schon. Gehen. Gehen. Wenn du das Tegi noch genauer kennenlernen möchtest, kannst... Kannst du gerne auch zur Sommerspiele kommen. Falls du noch Fragen hast, kannst du auf unserer Webseite vor... Schauen. Vorbeischauen. Falls du noch Fragen hast, kannst du auf unserer Webseite vorbeischauen. Bleib nach ruhig. Ich bin fertig. Warte, woher hast du noch das? Pfie.